Der neue Jahresbär vom Jahr 2017 ist dieses Mal ganz besonders verpackt. Er kommt in einer schönen Kiste in Holzoptik. Öffnet man die Kiste, wird man freundlich begrüßt. In Holzwolle gebettet und mit liebevollen Lächeln freut sich der Jahresbär 2017 auf sein neues Zuhause. Er trägt ganz besonderes Fell, das extra für uns Sonderarm gefertigt wurde. Nämlich weißes Mohair mit einem Hauch Silbergrau. Passend dazu gestaltet sich die Nasenbestickung und die Sohlen. Der Jahresbär 2017 ist weltweit auf 2017 Stück limitiert. Er ist wie alle Jahresbären traditionell mit Holzwolle gefüllt und hat eine Pumstimme. Freuen Sie sich auf den Jahresbär 2017 auch bei Ihnen zu Hause. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017